In sieben Tagen erschuf Gott die Welt. Und in sieben Sekunden zerstörte ich meine. Wenn Sie den Vertrag unterschreiben, gehört mein Haus Ihnen. Ich bitte Sie nur, nie mit mir Kontakt aufzunehmen. Warum ich? Ich habe es in der Hand, seine Lebensumstände total zu verändern. Aber ich möchte dem Mann nichts schenken, was er nicht verdient hat. Was hast du denn eigentlich vor? Sagt mir, was hier läuft. Man spielt nicht mit dem Leben anderer Menschen. Warum ist sie der Meinung, ihr Name sei Ben? Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich möchte nicht mehr lügen. Ich bin in letzter Zeit nicht gut mit mir umgegangen. Dann wird's Zeit. Ich habe etwas sehr Schlimmes getan und werde nie wieder derselbe Mensch sein. So was macht man nicht gerade jeden Tag. Nur was du versprochen hast. Hallo? Es ist soweit.